hallo willkommen zurück beim redox für unser neue projekt aus davancy ja wir sind sie haben auch gesehen die erste folge war schön interessant ich hoffe das hat euch auch gefallen und wir gehen weiter ich habe auch schon etwas jetzt der mich ein hinweis gebe die türen oben end des treps soll tiefer in das aus das meister ok dann werde ich sagen wir müssen darüber gehen aber ich kann noch nicht da muss ich noch zuschauen weil es gibt noch zu machen das sieht man viele sachen aber da steht noch wieder an die tür am oberen ende der trepp soll tiefer in das aus des meisters führen ok das ist die aber wo kann ich jetzt hingehen muss ich vielleicht wieder klick so moment ich komme noch nicht mal dran ja da jetzt ich frage mich treppe vielleicht eingang ja jetzt das funktioniert ja da muss man hier alles viel machen mit die maus so jetzt wir machen die die tür auf da ist wieder aha jetzt das ist alles dunkel jetzt okay wir gehen in die zweite in die erste rum ich weiß nicht was uns erwarten die tür geht auch automatisch zu die bibliothek des meisters wird er aspiration sucht und seine wiese erweitert ihr finde ich sicherlich ein paar hinweis was passiert ist ok da ist schön etwas hier kann ich das nehmen ja an schrift rolls siegel ja bestimmt wenn sie alle gedacht über die erste fall wo ich aber verstanden die die maus muss sich umdrehen und das war da die schrift wo ich habe auch nichts gedrungen muss ich auch zugeben ich habe gar nichts gedrungen ich habe nur mich irgendwie auf die taste mich gekümmert jetzt wissen sie auch warum das ist so passiert du befindest du befindest dich jetzt in einer bibliothek der solide wand das gesammelt wiesen vier jahrhundert bewahren ich werde ungefähr gefährliche leute verfolge um diese ist der einzige ort an dem ich frieden inspiration finde in diesem raum ist auch ein durchgang zu meiner werkstatt verborgen die nur ich kenne um die um dem wege wege zur werkstatt zu finden musst du deine vorzüglich verstand ansetzt ich habe ihr irgendwo noch eine andere erfindung versteckt die die helfe werde dem weitere weg zu finden vergisst vergisst nicht nie die eine sache die eine beste hilfe die welfe zu verstehen die welt die eine sache die eine beste hilft hilft die welt zu verstehen ist die genauigkeit die genauigkeit ich könnte auch das lese konsistenz und präzision der beobacht beobachtung ok sehr interessant da waren sie erlass mich ein toll schickes briefe das ist keine liebesbrief aber ich muss jetzt wieder herausfinden wie man in seiner werkstatt antritt aber da da sehe ich auch schön was hier könnte man das aufmachen sehr seltsam da kommt ein schlüssel ok und wofür finde ich die schlüssel wieder bestimmt ihr bestimmt ist dass ihr kann man das weg sie diese kappe hier oder kann man etwas machen das sind sache kann man das benutzt vielleicht ich wusste das nicht da gegenstand vollständig drei späschige siegen und jetzt irgendwie muss ich das auch benutzt können aber ich weiß nicht wo ja hier ist irgendwie etwas zu machen aber ich bin auch nicht so ganz sicher ist etwas in die statue zu machen da bin ich auch gerade um überlegen ist das etwas in die statue zu machen oder da bin ich gerade um überlegen oder er ist wieder der circle der bust sieht interessant aus das soll ich mir ich mir nachher ansehen ok aha 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 und jetzt da kann ich das benutzen ja jetzt und vielleicht muss ich das dreh ok wie soll ich das dreh jetzt ach ach du lieber gott das ist fantastisch jetzt ok aha aha sehr clever oh was ist hier los ok da muss ich bestimmt etwas ah ok das sind steine und die stein muss bestimmt wieder in ordnung kommen ok dann erstmal die grün ist wieder frei da oben ich ziehe das oben jawohl äh moment ah das ist ein spiel der macht spaß ehrlich so die blaue das sind sache wo man nicht so haben so das gibt viele spiele die haben so welche ratzell und aber ich meine nicht alle da komme ich noch auf assassin's creed von damals äh black pflege wo da war auch ein paar so ratzell zu zu machen oder tom raider war auch dasselbe da haben die die mache von dem spiel sehr gut überlegen so und jetzt ach du lieber gott oh was ist das hier oh ein und und schuh oh jetzt habe ich einen handschuh mal liebe mal liebe traumhaft ist das hier okay aber jetzt gibt mir auch nicht die schlüssel für das teil hier ich muss einen schlüssel noch rein machen aber muss ich wieder etwas aussuchen oder da habe ich alles jetzt ok da kann ich auch nichts mehr großartig aussuchen oder da kann ich nichts mehr großartig aussuchen ok ich gucke mal auf die zeit ja wir haben zeit ja ich will auch nicht so lange part machen mit euch 20 minuten sollte am best sein da ist ein verziehen und da ist die goldene platt in dem geöffnet elmer aber mehr kann ich nicht sehen ein Verzieher. Okay. Moment mal. Das hat er gemeint. Ja. Okay. Und was könnte ich machen? Soll ich das umdrehen? Sehr interessant. Aber so. Da ist eine Verzieher goldene Platte in dem geöffneten Elm. Aber mehr kann ich nicht sehen. Ja. Mehr kann er nicht sehen. Ja. Super. Aber die goldene Platte haben wir auch schön. Oder muss ich die Knöpfe drücken? Nee. Und da geht auch nichts auf. Aha. Aha. Sehr spontan so was. Ja, jetzt. Ich muss mehr. Ich wusste mehr, wenn ich die untere Ah, was, was. Moment mal. Das geht so schnell. Ich wusste mehr, wenn ich unter die goldenen Platte in dem Elm sehen könnt. Ich wusste mehr, wenn ich könnte in dem Elm. Ja, aber das hat man schön gemacht hier. Nee. Ich wusste mehr, wenn ich könnte sehen in dem Moment mal. Moment mal. Da habe ich etwas auch hier. Könnte ich das benutzen? Nee. Kann ich das nicht benutzen? Ah doch. Doch. Jetzt. Ah. Ah, das ist ein Mechanismus. Oh je. Aber wie kann ich das Aha. Jetzt habe ich eine bewege. Zweite bewege. Okay. Aha. Das ist voll. Voll Klasse. Gegenstand gefunden. Gefunden. Schöne Olsen Ormanon. Olsen. Olsen. Ja, okay. Und was machen wir dabei? Ein Olsen Ormanon. Ja. Ist irgendwie was dabei zu machen? Aber was? Hier brauche ich einen Schlüssel. Sie sehen auch das das ich brauche einen Schlüssel. Aber irgendwie da bin ich nicht so richtig an dem Statuen war nichts mehr großartig oder? Die Bibliothek schaue ich mich an. Da ist noch ein Buch. AG. Moment mal. Was werdet ihr? Es ist noch ein Gegenstand im Pfarr des Elme. Ich konnte ihm brauche. okay. Gut. Dann geh mal in die Gegenstand von dem Elme. Aber ich habe schon alles gesucht, oder? ein Stück Draht. Okay. Jetzt aber was ich habe es nicht gesehen. Hahaha. Okay. vielleicht brauche ich das für diese Box zum aufmachen. oder? Nein. Okay. aber mehr kann ich auch nicht jetzt machen. oder auf die andere Seite. Nein. Moment mal. Und warum habe ich auch einen Handschuh? Da frage ich mich auch. Warum habe ich einen Handschuh? Nee. Ich werde mir auch nichts sehen. Okay. Vielleicht irre. Ist vielleicht noch ein Mechanismus? Das ich habe auch nicht gesehen. Nee. Ah. Hier steht ein Hinweis noch einmal. So. Das ist ein wunderschön Elfbeine Verziehtruhe unterhalb der Brust der Brust ich soll sie unterstützen untersuche unterstützt ja aber wir haben schon wir haben noch schön diese diese Kiste oder ist noch eine Hoffnung irgendwie nee er meint diese Kiste ja gut aber ich kriege sie auch nicht auf oder oder Moment mal vielleicht muss ich das kombinieren Moment mal das ist ein wunderschön Elfbeine verziehtruhe unter halbe unter halbe unter halbe der bust das geht so schnell ich soll sie untersuche ja okay aber da kann ich nichts machen mit mit das oder nee und mit das auch nicht und ich kann auch aha das ist irgendwie muss ich rausfinden wie das ist jetzt ok ein elf was 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 war gestorben ein elf bein ein mit elfebein besetzt schachtel schachtel ich frage mich war darin versteckt schachtel ja gut aber die schachtel die kann ich nur leider aufmachen mit anschlüssel oder ich glaube nicht dass ich kann so aufmachen das ok infinitum sollten mir helfen die elf band zu untersuchen ah ok jetzt jetzt mein herr da ist ein kreuz aha aha ok und bestimmen muss ich mit das aha ok da gehen wir raus aha gegernstern gefunden teil an olsen omanant ok und da haben wir schon das teile dann vielleicht muss ich das anbinden oder nee kann ich nicht ok ne auch nicht ok aber dann hat er gesagt das sind mehrere mehrere schachtel ich sehe gerade ja eine haben wir aber da war keine schlüssel für die teile hier oben hallo da wen sie hast du was falsch gemacht jetzt ich brauche die schlüssel aber ich sehe nichts mehr und ja wir haben noch zwei minuten ungefähr eine mit 11 bein besetzt schachtel ich frage mich was darin versteck ist ja gut aber wir haben schon eine das sind zwei blumen ormanent am fußteil des sockel ein davon sieht seltsam aus zwei blumen wo sind die blumen ormanent haben sie die gesehen da da frage ich mich vielleicht muss man diese holz nee wir haben schon die schachtel aufgemacht ja das gibt noch andere schachtel das ist klar aber ich kriege auch ja vielleicht muss ich die schlüssel jetzt wieder weg sie oder nee das passt doch gar nicht das passt doch gar nicht mehr jetzt ja da frage ich mich jetzt was soll das alles so das sind zwei blumen ormanent am fußteil des sockel am fußteil ah dann moment mal und fußesteil wo denn wo denn wo denn das link ormanent am fußteil des sockel ist offenbar was unvollständige ja aber moment mal dann ihr auf diese fuß oder linke moment moment aber ich sehe doch gar nichts moment mal ah ihr ah okay ich habe es gefunden okay und dann brauchen wir das ihre oder nee moment vielleicht war ich nee ja gut aber soll ich die schlüssel wieder nehmen das linke manor ist offenbar offen unvollständig ja okay da fällt noch das hier oder aber da das könnte ich noch nicht mal dran machen und das ich weiß nicht für was brauche ich das moment mal da gehen wir langsam dran jetzt macht er mich wieder etwas neu ich kann das fällen teil unvollständig unvollständig teil dem unvollständig auch mal noch hinzufügen und es ist richtig an ordnung zusammenstelle okay dann jetzt dass sie er will das nicht er will das nicht hallo ohne ja da ist eine eine frage jetzt wie weiter das geht das ok ich beende diese part und wir sehen uns in die nächste folge wieder mit mir ich hoffe sie haben spaß weiterhin und wir werden diese ratze wieder schaffen auf jeden fall okay bleibt sie dran ich wünsche euch alles gut und bis die nächste folge ciao macht's gut